Guten Morgen von der Tagstation der Eisgratbahn und wir zeigen euch heute das größte gletschische Gebiet Österreichs. Auf geht's! Und damit nochmal herzlich willkommen hier vom Stubayer Gletscher. Heute heißt es Sonnenskifahren auf Naturschneepisten. Ein Traumtag hier heute. Wir haben ein geiles Wetter erwischt und warum sind wir heute hier oben, denn besonders im Frühjahr lohnt sich das Skifahren hier am Stubayer Gletscher. Denn da sind die Pisten schön breit präpariert und wir haben gute Schneeverhältnisse. Es ist viel Schnee gefallen und können dementsprechend genussvolle Schwünge hier reinziehen. Warst du schon mal am Stubayer Gletscher? Schreib es mal in die Kommentare rein, das würde mich mal interessieren. Bis zum nächsten Mal. 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 besser sein kann, ist, dass die Pistenpräparierung teilweise noch ein bisschen besser sein könnte. Damit ihr unten nicht lange warten müsst an der Talstation, könnt ihr euren Skipass auch digital kaufen. Da gibt es auch teilweise Rabatte, also schaut da mal im Onlineshop vom Stubaya Gletscher vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das waren jetzt zwei richtig starke Skitage hier am Stubayer Gletscher. Wir hatten gute Bedingungen, perfektes Wetter, Sonnenschein. Es war Sonnenskifahren vom Allerallerfeinsten. Ja, für wen und vor allem wann eignet sich denn das Skigebiet am allerbesten? Wir waren jetzt seit hier im Frühjahr, Anfang März beim Skifahren. Hier scheint auch die Sonne gleich voll rein in der Früh. Dementsprechend hast du eine wirklich tolle Atmosphäre hier gleich zum Skifahren. Und vor allem breite Pisten, also jetzt um die Jahreszeit sind auch alle 64 Pistenkilometer geöffnet und dementsprechend kannst du es richtig sausen lassen. Vor allem geeignet aber auch für Familien und für Anfänger. Wir haben hier viele blaue Pisten, aber auch für uns sportliche Skifahrer ist auf jeden Fall was geboten. Und auch nochmal vielen Dank an die Stubayer Gletscherbahnen, die uns beiden, Max, der gerade noch hinter der Kamera steht, eingeladen haben für diesen wirklich tollen Videodreh. Und auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Max, den verlinke ich auch mal unten für diese richtig coolen Filmaufnahmen, die du gemacht hast. Also lasst an der Stelle gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, euer Corby. Ciao!